Du, L3D, du machst ja Waffeln. Ja, gelegentlich. Ach was, ja. Wusstest du eigentlich, dass schon bei den antiken olympischen Spielen Waffeln vorkamen? Nein, wusste ich nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, die haben die Waffeln als Diskus-Scheiben, also als Frisbee quasi. Wiii! Ja, geht auch mit Vorhand. Ich bin Linkshänder. Warum? Rechts, links. Ja, haben die als Diskus-Scheiben benutzt. Das Problem war, dass irgendwann jemand gemerkt hat, dass wenn er die anknabbert, die leichter wird und sie weiter fliegt. Ja, und du hast dich davor natürlich dann nochmal extra mit Zucker gestärkt. Das auch, ja. Das ist ja quasi Doping. Ja, das war dann auch der erste Doping-Kanal. Ui! Alles wegen der Waffel. Das Problem war auch, dass so eine angeknabberte Waffel ja eine gewisse Unwucht hat und dabei dann auch Gefahr für die Zuschauer bestand. Ja, das glaube ich. Und so wurden dann die Diskus-Scheiben, die geworfen wurden, hat man dann aus Steinton irgendwas Ungenießbarem gemacht, weil da bestand weniger die Gefahr, dass da jemand was anknabbert. Dann habe ich den Heirat gemerkt. Das hat aber bestimmt zu viel Aufstand in der damaligen Bevölkerung geführt. Naja, äh... Also keine Ahnung, man kennt das ja, den großen Waffelkrieg von 420. Achso, nee, ja, das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Das war eher die Rundwaffler, also die, du wißt du schon, die Kugelwaffler gegen die Flachwaffler. Das heißt, die haben dann... Ganz genau weiß man das auch nicht mehr. Die haben dann eine runde Waffeldiskuss... Nö, Kugelwaffel. Kugelstoßen. Achso, Waffelstoßen. Kugelstoßen. Ja. Ja, schade, dass das heute nicht immer aus Waffeldreck gemacht wird. Ja. Das ist sehr witzig. Was es heute dafür gibt, ist das Hammerwerfen. Das ist eigentlich... Früher haben die da Waffeleisen am Kabel. Aha. Ja, gut, ist ja vielleicht besser. Jetzt hat man mehr Waffeleisen zum Waffeln backen, statt zum Werfen. Richtig. Aber ich würde ja gar gerne mal sehen, wie so ein Hammerwerfer... Hammer... Was hämmert der eigentlich? Ist ja gar kein Hammer. Ist ja kein Hammer, ist ja ein Werfgerät. Naja, was wissen wir schon von Sport? Keine Ahnung. Und damit zurück ins Studio. Nachdenken. Putz. Nachdenken. Nachdenken. Bis zum nächsten Mal.